aber ich habe gesagt irgendwann mache ich wieder eine irgendwann mache ich wieder einen sobald ich jetzt ein bisschen mehr geld hat und wird wieder geben was das zeug hält dann spare ich mir so ungefähr 200 euro oder geht's ab so 400 elixiere sind weg 400 elixiere sind weg und nicht einmal plus 9 oder war die plus 9 ne die waren nicht plus 9 reinigt schweller unterwegs das kann echt dauern tut mir leid leute aber manche leute ich stelle die stelle ja die 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 videos hier gestreamt werden stelle ich ja bei youtube also lade ich die sofort auch hoch ungeschnitten und wenn man da die kommentare liest wisst ihr was ich meine hier klappt überhaupt gar nichts wir können ja auch nicht mal plus 6 da noch nicht mal plus 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 hier ungewohnt so lange zu zocken vor zwei jahren ging das noch aber jetzt nee komm hier klappt überhaupt gar nicht ja locken brand hinter juweliergeschäft sagt er also gehen wir mal da hinten hin aha alles opfers alles opfers außer ich der nix auf die reike das ist ein echt ein richtiges opfer ein richtiges opfer das ist ein richtiges opfer plus 6 ich muss nixen ja ist es denn gesundheit danke ich glaube wir kriegen das wirklich nicht hin auch immer bin ich doch schon ein bisschen müde ich kann ich verstehe nicht wie die leute manchmal 24 stunden stream machen können ich verstehe das nicht ich meine junger schrumpf okay aber trotzdem 24 wir haben bis 6 aber 24 stunden stream was macht man da ich habe zweimal zwölf stunden stream gemacht war okay habe ich durchgehalten aber 24 stunden ich habe mir bei youtube mal so ein paar clips angeguckt tritt fels und die leute beim stream wirklich eingepenzen war lustig müssen wir mal gucken das ist einer spiel zelda oder so also bick da einfach ein ganzes team durchgepäckte da hast du nur noch so die donations am laufen damit er quasi wach wird von dem von den ganzen geblieben aber lustig war der besoffene tit streamer auch hammer ist auch lustig wir kriegen die einfach nicht mehr plus sieben ich glaube wir sollten doch wieder nach jangan zu meinem platz mananananananan Ich weiß nicht, Leute, ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Alles fehlt. Alles fehlt. Wir haben nur noch 36. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich habe nur 16 gemacht. Am besten mal re-loggen. Alles Theorien, Leute. Alles Theorien. Alles Theorien. Alles Theorien. Alles Theorien. Das ist Hammer. Ich weiß gar nicht, was mir da abging. Plus 6. Pass auf. Plus 7. Wir machen jetzt nur noch diese 29 Elixiere. Mal gucken, was wir noch machen. Ich glaube, vielleicht doch gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Motivation mehr, weiterzuwarten. Die Motivation fehlt. Die Motivation. Mein Moral schaden. Auch gut. Ich kriege ein paar Sachen. ich mein blick ist einfach nicht hin ich krieg es nicht hin da will ich nicht eigentlich ja ich habe meine 20 bilder habe ich abgelegt im deutsch jetzt kommen die leute jedes mal und die zink abliest hast du genug hast doch genug ja ich habe auch viel dafür gemacht bist du was ich mein machen wir plus 3 plus 3 ist auch gut knallhart könnten eventuell mal ein paar spaßende visite kommen mir ist langweilig brauche was zum ab reagieren stelle ich vor dem baum jungen stelle ich einfach vom baum schade ist gefährlich kann man nichts machen ja was machen wir jetzt genau ich weiß auch nicht welche spiele ich jetzt so wirklich ja so vor ist das schon nicht schlecht ich habe einen teaser runtergeladen von westland tv 7 beginning hauer ich verstehe einfach nicht wieso wir bei 10 9 uns nicht einloggen können wieso können wir das nicht warum können wir uns da nicht einloggen so you have logged in ja start ich drücke auf start da kommt dieses sein code 3 oder sowas keine ahnung lucky party lucky party dann kommt diese fehlermeldung so wir haben 80 wir brauchen 13 95 00 07 könnte hinkommen 18 schade ich habe den kontinent auf jeden fall mal gestreamt so dass das dass das dass das wieder die hau den mal in twitter und in dongwang das video kaputt gelacht war ja auch gut ich habe keine ahnung vielleicht schluss mit zielgurt vielleicht mal bete ich habe keine Angst ich werde dich betrezzeln hk kennt sie sowas oder Auf Wiedersehen.